Herzlich willkommen am Mittwoch beim Tagesorakel. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich bin Maikell und freue mich, dir einen Impuls für den Tag geben zu dürfen. Der Engel der Vergebung. Vergebung ist der Weg zu innerem Frieden. Gestern hatten wir das Thema Frieden. Schließe Frieden mit deiner Vergangenheit, also wirklich in die Akzeptanz gehen. Heile die alten Verletzungen und spüre, wie Last von deinen Schultern genommen wird. Dein Engel ist bei dir. Wunderbar. Wir schauen die einzelnen Elemente jetzt. Also beginnend beim Element Feuer. Da fällt schon eine Karte raus. Da kommen heute wirklich vom Herzenspartner, Wunschpartner oder von der Dualseele Nachrichten. Also die Feuerelemente Widerlöwe und Schütze dürfen sich hier freuen. Großes Glück heute bei den Erdzeichen. Also die kommen jetzt wieder in die Energie, aus dem Energieverlust heraus in die Energie wieder hinein. So finden sie heute hinein. Das ist wunderbar. Also die Stiere, Jungfrauen und Steinböcke, denen geht es richtig gut. Genauso gut geht es aber auch den Luftzeichen. Zwillinge, Waage, Wassermann, die Liebe im Haus. Intimität ist da. Gefühl, romantische Stunden können sich heute einstellen. Und für die Wasserzeichen. Ja, ein bisschen ambivalent. Die Wasserzeichen sind auch die launischen, also Krebs, Skorpion und Fische. Hier sind ein bisschen die eigenen Launen ein bisschen heute achten. Ängste und Befürchtungen lösen sich aber auch auf im Verlauf des Tages. Ich wünsche dir einen energiereichen und vor allen Dingen glücklichen Mittwoch.